Die Sonne hatte die dicke Wolkenschicht nicht durchdringen können. Ein gleichmäßiger Regen ergoss sich auf den Osloer Stadtteil Brünn und den Rest der Stadt. Die Autos, die vier Etagen tiefer über den Autobahnring 3 sausten, wirbelten eine Gischt aus Schmutzwasser auf. Nach der Morgenbesprechung hatte Magnus Torp den halben Vormittag damit zugebracht, Kollegen zu begrüßen und sich mit seinem neuen Arbeitsplatz in der Brünns Alea 6 vertraut zu machen. Jetzt stand er vor der Tür mit dem Schild »Anton Brecke, Hauptkommissar«. Magnus klopfte an. Von innen erklang ein gedämpftes »Ja«. Er öffnete die Tür. Anton lag mehr oder weniger auf dem Stuhl hinter dem Schreibtisch. Mit stumpfem Blick sah er Magnus an und nickte ihm dösig zu. »Erster Tag im neuen Job und so«, sagte er, »gratuliere übrigens.« »Was ist los mit dir?«, fragte Magnus. »Du bist ja total bleich.« »Vermutlich habe ich mir eine Grippe zugezogen. Ich habe Schmerzpillen genommen, die fangen langsam an zu wirken.« Anton richtete sich auf. Magnus bewegte sich zwei Schritte in den Raum hinein. »Was geht ab?« Anton legte den Kopf schräg und musterte seinen 20 Jahre jüngeren Kollegen. »Abgesehen davon, dass du versuchst, der bestangezogene Polizist des Jahres zu werden.« »Weil ich einen Anzug trage? Ist es das, was du meinst?« »Genau das meine ich. Was für eine Marke ist das?« »Wieso tust du jetzt so, als hättest du Ahnung von Modemarken?« »Hier ist was für dich«, erklang eine Stimme von der Tür her. Es war es güsterd. Er kam herein und legte eine dünne Dokumentenmappe auf den Schreibtisch. Anton öffnete sie. Obenauf lagen verschiedene Fotos. Darauf zu sehen waren ein altes, längliches Holzgebäude an einem Kiesweg, der zu einem See hin abfiel, und ein übervoller Mülleimer dicht neben einem kleinen Kiosk. An die Stelle, wo der Kies aufhörte und in Gras überging, waren große Steine gesetzt worden, um zu verhindern, dass Autos bis an den See hinunter fuhren. Die Tote war mit einem Laken zugedeckt und lag im Gras gleich unten am Seeufer. »Was ist das für ein Ort?« »Ursprünglich ein Sägewerk,« sagte es Güstad, »dient heute als Freizeiteinrichtung. Anton blickte auf das nächste Bild. Eine nackte Fußsohle, die halb unter dem Laken hervorlugte. Etwas entfernt von der Toten standen ein paar Banktische im Gras. Eine alte Säge war auf einen riesigen Stein montiert. Drei weißgekleidete Kriminaltechniker lagen auf allen Vieren und durchkämmten jeden Quadratzentimeter neben der Leiche. Ein vierter saß etwas entfernt in der Hocke. Das dritte und letzte Bild war in die entgegengesetzte Richtung geschossen worden. Ein Streifenwagen stand an der Einfahrt zur Hauptstraße. Zwei Beamte hielten Wache an einem Absperrband, das zwischen dem Wagen und einem Laternenmast befestigt war. Anton legte die Bilder zur Seite und blickte auf den darunterliegenden Papierbogen. Da steht ja nicht gerade viel. Hedda Bucks Personalien, der Name des Ehemannes und ein paar Zeilen, aus denen hervorging, dass sie am Tag zuvor als vermisst gemeldet worden war. Ganz unten stand, die Verstorbene wurde ins Rechtsmedizinische Institut überführt. Der Polizeidistrikt Südost bittet die Kripo um taktische Unterstützung. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.